hallo jasmin ich sag nur hallo jasmin die folge beginnt hallo herzlich willkommen zurück zu seven days to die professionalität on point ich dachte du fährst ja irgendwo lang ja wäre mir zuzutrauen ich wäre auch gerne bei dir ja aber ich fahre genau in die andere richtung aber denkt dran ich schätze deine nähe was machst du jetzt eine kohle mine buddelt du dich runter oder bist du luten oder wie ich sage mir hier alles holz steine kohle denn dies nitrat oder wie das heißt du wanderst ja all das was wir auch so immer alles verbrauchen und nie wieder einholen irgendwie also alles wollen dass er immer ja so das was wir halt auch brauchen zum bauen das mache ich gerade weil das verbrauchen wir ja ja so allmählich ne wir bräuchten vielleicht auch mal mehr schmied ich weiß nicht ich glaube ich werde die tage mal hinten diesen raum den ich angefangen habe zu bauen den werde ich mal ausbauen und dann vergrößern wir unser lager und schmieden und ein bisschen mehr herstellen können zeitgleich und gegebenenfalls auch mehr einlagern können bisschen mehr system wieder schaffen machen wir da einen großen raum draus aus dem den wir jetzt haben wo wo du es ich denn jetzt überhaupt hin hier ist das richtig hier drüben war ich ja auch schon ich war mal andere seite lang ich und diese schilder ich fahr da jedes mal gegen ich gucke immer ich weiß nicht sobald ich ein schild näher komme gucke ich irgendwie woanders hin ja das ist natürlich sehr schlau geil ne ich könnte uns was von der welt verpassen ja interessant erzähl mir mehr von deinem trübseligen leben so brandgebiet ist ja schön dicht dran ne wie weit war ich denn hier drin ne ich war nur bis da ich finde das brandgebiete sieht auch sehr idyllisch aus da hinten ist noch so und ich sollte vielleicht ein bisschen ausdauer sparen hier ist wahrscheinlich auch schon wieder loot aber ich will da hinten mal hingucken da ist so ein großer turm und so ein funkturm und zombies die sperren wir mal aus oder ein oh ich habe den dicken nicht getroffen kriegte aber das flitzen hier stehst du noch mal auf natürlich oh ludbeck jasmin dein einsatz war jetzt nicht so spektakulär kann ich da durchschießen ja wenn ich dich genug rein oh müllcontainer voller loot am liebsten lege ich mich da rein und reibe mich und schmiere mich ein bei id du bist eklig oh eine tasche oh ich dachte kurzzeitig ich habe für dich hier Tabletten gefunden aber da waren nur Schmerztabletten drin Gammelfleisch muss ich jetzt mal nicht mitnehmen ne da habe ich keine große das kriegen wir überall da mache ich keine große Lootreise für ah ich wollte gerade sagen wie komme ich da hin und verkackter Geier oh dich habe ich gar nicht gesehen wie lange schlägst du mich denn schon Aua er kann durch die Band hauen Hä das habe ich ja nicht mitgekriegt ne also Sachen gibts jasmin hier ist schon wieder eine von deinen komischen mini Popelfliegen aus dem Gewächshaus ja das ist echt nervig mit diesen Fliegen ey ein Glück stehe ich auf der Satellitenschüssel oh hier ist gerade alles runtergefallen ja genau hier gehts richtig hoch hinauf wow oh wow oh was ein Segen dass ich hier hoch gegangen bin und 6 Federn ha geil das hat sich gelohnt ich habe ein bisschen Angst dass der Turm zusammenbricht wenn ich das hier abbaue ok versuch's doch mal ja ich bin schon dabei ok hier ist nichts passiert weil unten habe ich auch was abgebaut und da ist plötzlich die Hälfte weggebaut ich baue mal die Satellitenschüsseln ab ne dann können wir uns das heute Abend vom Fernseher gemütlich machen baue mal das ist aber analoges Fernsehen mhm toll ja ich habe keinen Digitalreceiver diese Jugend mit ihrem neumodischen Kram das brauche ich nicht Jasmin mein Fernseher hieß damals Radio und er hatte einen Sender äh Radio Radio wir haben uns nie beschwert was kommt es lief was eben lief jetzt aber oh 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 Eisen geil so so dann wollen wir mal wieder runter wann habe ich mir denn den Arm gebrochen das habe ich gar nicht mitgekriegt so den konnte man ja durchsuchen dann lasse ich den stehen das hat sich angehört als wäre da jemand rausgefallen äh woher aus dem Haus? ja so aus dem Fenster es hat geklört und dann so ein Hintfallgeräusch klört klört hallo hier waren Wartungsarbeiten das hätte mir mal einer sagen müssen ich bin das Klempner vom Beruf ich warte jetzt für den Funkturm Jasmin Rechnung an dich das ist dieser rot-weiße? ja im Brandgebiet warst du da schon? ne äh achso der ist so ähnlich wie der Richtung Krankenhaus nur kleiner mhm und cooler natürlich weil ich hier bin und du hast ihn noch nicht gesehen der sieht richtig cool aus Jasmin du musst unbedingt mal herkommen und dir das angucken wenn du das hier gesehen hast ne dann hast du alles gesehen aha schade dass dein Lachen immer so abgehackt ist irgendwie triffst du eine Tonannonce das Discord dich immer äh rauslässt mhm mhm dafür ist dein Gähne sehr deutlich ich bin der ja sorry ey ich weiß nicht ob das noch zu entschuldigen ist langer Tag gewesen mhm langer Tag gewesen oooh zäh im Schnee spielen ist schon ganz schön anstrengend hm ich spiel gern im Matsch wie man an meinen nassen Socken vorhin gesehen hat haha das war auch so lustig ey ich hätt so gelacht wenn du ganz reingefallen wär das wär noch lustiger gewesen ne ich dachte gut ist zwar die größte Pfütze aber da ist so ein bisschen äh Trockenfläche wo ich rauf gehen kann mhm aber irgendwie war die gar nicht trockig äh trocken die war ganz schön rutschig trockig trockig die war gar nicht trockig die war ganz schön rutschig wow eine leere Dose und der Tag ist gerettet hm hm noch drei leere Dosen ey mein Fahrrad also ich muss schon sagen im Brandgebiet äh gibt's jetzt nicht sonderbar viel alles abgebrannt oh hier ist so ein verkackter Truthahn der mich verfolgt Truthahn? ja hat sich ausgetrudelt oh nein das ist ja wie ne Plage hier in der Ecke was? nein ey der Welsetich hat mir Schaden gemacht ich hab nur noch 95 AP dann Welsetich äh ja hier sind so Welsetich ja ja hier sind Welsetich echt jetzt? oder verarscht du mich? mit diesen komischen Geier die hier rumgehen Welsetich hier sind doch keine Welsetich hier ey ähm hattest du schon mal diesen erschöpften Mann? der so ja das habe ich dich doch letztens ach das ist das was du meintest ja Jasmin ich bin hier was großem auf der Spur ich glaub das kriegst du mit äh Tabletten weg ich glaub ich hab den mit Schmerztabletten weg gehabt what the f hier ist grad ein Fettsack einfach so explodiert so ein Spucker alter hier ist ein riesen hier ist ein riesen Gebäude oder? mega viele Zombies so ne Fabrik ist das Fabrik was denn für ne Fabrik boah wenn ich das wüsste Jasmin würde ich's dir sagen ok ich wüsste gar nicht dass die dicke so hoch springen kann wenn du schlauer bist dann kannst du dich ja nochmal melden ja wenden wir uns erstmal den wichtigen Fragen zu wenn ich ein Loch durch die Erde buddel ne wir haben ja eine Erdanziehungskraft und ich würde einmal komplett durchbuddeln würde ich denn in der Mitte schweben oder fliege ich denn von Loch zu Loch quasi immer so einmal durch die ganze Erde durch und dann bin ich aber wieder quasi oben und fall ja quasi wieder ins Loch also fliege ich wieder durch die Fliehkraft bis zum anderem Loch Ende und fall wieder runter wahrscheinlich ich denke auch genau so wird das ablaufen du würdest vielleicht nach oben gehen weil so viel Luft im Kopf ist dass nach oben geht da stellt sich mir jetzt eigentlich nur eine Frage ja gibt es Kaffeepausen in einer Teefabrik nee für Patrick nicht meinst du es gibt keine Kaffeepausen in einer Teefabrik voll mein Fahrrad ist in ein Schlagloch gefallen ach komm schon wieder zurück nö wieso baust du schon wieder äh Löcher baust du Löcher so so was schmeißen wir denn jetzt erstmal ins Fahrrad ich glaube das Fahrrad bleibt dann auch gleich stehen äh vielleicht Benzin verschließende Stiefel können weg was war denn das hier sind so viele Zombie-Wölfe ja hab ich ja gar keinen bock drauf ne und noch so ein blöder Springer. So arme Ding, du. Ich muss das jetzt mal aussortieren und gucken, was ich hier alles gesammelt habe. Drei? Der letzte hat nur zwei gebraucht. Der Typ war tough. So, was können wir denn jetzt hier aussortieren? Neben habe ich 1881 gesammelt. Die brauche ich. Weißt du was? Wir können doch Rohre und so selber herstellen. Aber ich mache es sowieso nicht. Also, ich behalte den mal zum reparieren. Magnum Munition. Das hier esse ich. Das kommt weg. Esse ich, Gurke? Ach komm. Weg damit. Komm. Ach komm. Ach komm ey. 757 Kohle. Tunisie. Lehm. Muss ich Lehm mitnehmen? Ja, ich nehme es mal mit. Das ist so unpraktisch. Ich bleibe mal mit dem Fahrrad auf dem Parkplatz stehen und hoffe, dass das nicht geklaut wird. Ich habe es halt nicht abgeschlossen, ne? Kann ich nicht jetzt noch ein paar Pfeile machen? Steinpfeil Munition. 16. Gib ihn. Äh, Jasmin? Diese Fabrik, in der ich bin, die schimpft sich Shotgun-Messias. Äh, Messia. Und das ist von der SM Corporation. Ah. SM steht übrigens für... SM. Es hat keine besondere Bedeutung. Ich weiß, woran du wieder gedacht hast, ne? Ich habe dann gar nichts getan. Ach, vertiefe mir das Thema nicht. Vertiefe mir das Thema nicht. Sechs Blatt Papier. Ach, geil. Und... Safe. Ne. Also selbst in dieser Fabrik würde ich den Safe jetzt im Leben nicht aufprügeln. Ich bin hier doch später nie wieder raus. Hallo? Ist doch hier... Ach, hier sind Decken-Zombies. Sobald ich Krach mache, kommen die runter. Gehe ich von aus. Ja, ja. Sag ich doch. Decken-Zombies. Okay, das war jetzt nicht so krass, wie ich gedacht habe. Trübes Wasser. Hier. Kann ich Bier zerlegen, Tatsache? Was kriege ich denn, wenn ich Bier zerlege? Ein Glas oder so? Ich glaube, die Punkte, die ich mal gelevelt habe in Glücklicher Sammler, die waren vergeudet. Nicht verwechseln mit vergoldet. Eine große, verschlossene Tür. Überall. Überein nur Klamotten in die Schränke. Braucht kein Mensch. Apokalypse-Nahm. Ich bin schon ein bisschen nervös hier, muss ich sagen, ne? Da drin ist ein Rucksack. Oh, wie komme ich denn da hin? Und ich wette mit dir, der geilste Loot ist wieder irgendwo oben auf dem Dach. So wie im Krankenhaus. Mag sein. Könnte ich darum wetten, damit du einmal hier durch das ganze Gebäude dich durchquälst, weißt du? Zehnmal drauf gehst und dann irgendwann hast du es geschafft. Also hier sind zwar mega viele Big Bags, aber die würde ich jetzt... Also wenn denn auf dem Rückweg sammeln. Hm. Sammeln. Äh, der hat Kraft? Oh, kacke. Au. Ich hab sie alle aufmerksam. Habt ihr alle aufmerksam? Gemacht. Auf jeden Wort. Auf mich. Wir gehen erstmal eine Runde spazieren. Ich glaube, da ist später Sackgasse, ne? Sackgasse. Sackgasse. Ich koch mal ein bisschen hier. Ich glaub, ich könnte mich hier komplett mit den blauen Big Bags voll schaufeln. Also ohne irgendwas anderes in die Tasche. Sag mal, wenn ich Pausenstein vielleicht mitnehme. Oh, ich bin Level 39 und hab einen Fertigkeitspunkt, den ich investieren kann. Keine Pfeife auf mein Glück. Hm. Hm. Das war lustig. Das war lustig. Hm, 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 hm. Äh, warte mal. Wieso hab ich jetzt hier so komische Musik? Will ich nicht. Du bist nicht rein zufällig in der Nähe und könntest mir helfen, falls was ist? Nee, ich bin grad am Kochen. Hm, hm. Äh. Du siehst mich ja auf der Map, ne? Ja, wenn du tot bist schon. Oh, Working Stift Tools. Die gönne ich mir doch, oder? Äh, was denn? Druckplatten. Da, hier. Und Holz, das ich zerlegen kann. Hm. Ähm. Waren die Militärhainis stark? Weiß das gar nicht. Ach, er ist hinterm Zaun. Oh. Er ist hinterm Zaun. Kannst du nix machen. Tiere bitte nicht füttern. Der sieht aus, du. Haben wir aber gute XP gekriegt, ey. Eben? Mhm. Oh, ja, ja, ja. Gerne, gerne. Über tausend. Mhm. Hab ich mit Absicht gemacht. Nein. Ich glaub, meine tausend Pflastersteine, die hab ich mega schnell voll. Später häng ich hier wieder und weiß nicht, was ich wegschmeißen soll, weißt du? Vom ganzen Weg. Wär's vielleicht sinnvoller, sich einfach hochzubauen zum Dach und von oben nach unten das Haus zu durchforsten? Hm. Also wenn man jetzt aus, aus Erfahrung das sehen... Aus, aus, aus. Wenn du das jetzt aus Erfahrung betrachtest, soll ich Zement auch tausend einmal mitnehmen? Mach doch. Ja gut, du hast mich überzeugt. Ich nehm den Zement-Authmet. Nimm doch alles mit, was du kriegen kannst, ey. Ja, aber dann kommt später richtig geiler Loot, falls ich so lange überlebe. Und dann sind die Taschen wieder voll. Wir wissen beide, dass du nicht so lange überlebst. Also mach dir nix draus. Dein Optimismus baut mich auf. Geste, hab ich doch wieder was Gutes getan. Ja, ja, ja. Definitiv. Nicht. Oh, feuerisch alles. Oh, ich hab gar keine Ausdauer. Geht der Kampf wieder um die Ausdauer. Ah, das Bier fehlt mir noch, ja. Ich will Kuchen machen. Ich hätt jetzt gerne Antibiotika, denn ich bin infiziert. Hätt ich auch. Ja, ich auch. Ich bin schon bei 34%. Ja, stirb doch. Oh. So. Was denn? Voll, ich muss jetzt kurz warten. Ich koch hier so viel. Ein paar Kuchen, ein paar Brot. Fleisch. Ja, das Blöde ist ja, wenn du infiziert bist, du hast keine Ausdauer und durchgehend Hunger und Durst. Jupp. Noch nehme ich das mit. Oh, Gott. Keine Angst, lass mich nicht. Hilf mich doch nicht. Du brauchst dich nicht erschrecken. Ja, ja. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Merke ich schon. Wie viel Pflasterstein hab ich mir bis jetzt? Nächste aufstellen. So, ein bisschen geht noch, ne? Das haben wir schon mal mitgenommen. Oh, mich hier gar keinen Krach zu machen, ne? Hat du Angst? Kommt drauf an. Wenn ich befürchte, dass mir was passieren könnte, wenn ich Krach mache und ich mach deswegen keinen Krach, ist das vorausschauend oder ist das Angst? Krach. Oh. Das ist wieder so typisch für die Mitarbeiter, ne? Hinter dem Big Bag verstecken, hier so eine Runde schlafen, damit der Chef das nicht sieht. Ja, ja. Maismüll, wie kann ich denn Maismüll machen? Äh, aus Mais? Ja, aber ich kann nichts machen damit. Äh, du kannst daraus Maisbrot machen. Nein, ich kann doch auch Mais, äh, aus Maiskolben Maismüll machen. Ja. Ja, wie? Du klick doch an. Hab ich. Und da steht nicht hinter, ob das am Herd ist oder so? Das zeigt mir gar nichts an. Maismüll. Das zeigt er mir nicht an. Ja, aus einem Kolben kannst du ein Maismüll machen. Ja. Aber wie, äh, warum das bei dir nicht geht? Hast du vielleicht in der Richtung kein Skill investiert? Na, so ein. Ich kann auch 45 mitnehmen. Zehn. Zwei Punkte, wo packe ich denn die hin, ey? Ich mache hier richtig einen auf Splinter Cell. Ein Kleber. Jetzt kann ich mich endlich auf die Straße... Aktiv machen. Oh nein. Oh nein. Du hast es nicht drauf. Das ist so geil. Du hättest jetzt mal eine ganze Männlichkeit sehen können gerade. Ach komm, scheiß drauf. Ich nehme einfach mehr Pflastersteine mit und schmeiß dem weg, was wir sowieso überall kriegen. Ja. Frauen zum Beispiel. Das ist mal sehr rach, ey. Ich habe den dicken Holzfäller 1 mit der Schaufel übergezogen. Das ist bestimmt ein bisschen ruhiger diesmal als sonst. Wieso? Geht so. Geht so. Ich habe dem einen Holzfäller mit der Schaufel 1 übergezogen. Muss man eben Ausdauer tanken, Jungs. Könnt ihr euch bitte von der Tür kurz aufhalten lassen? Der Dicke ist einfach so durchgefallen. Naja, der Dicke. Das ist in der Beile nicht ganz sportlich hier, ne? Bitte? Du auch nicht? Nee. Da möchte ich die zu sagen. Ja, besser ist das, ne? So ist unser Liebster in dem morgigen Tag nicht mehr. Ja. Ganz schön wenig Loot hier. Äh? Junge. Komm runter. So war das nicht gemeint. Es tut mir leid. Hast du gerade zu dem Zombie-Junge gesagt? Ja. Das hättest du sehen müssen. Wieso schmeiße ich das weg? Solange ich Lumpen im Inventar habe, kann ich das doch auch einfach zerlegen. Jasmin. Da müssen wir schon ein bisschen mehr zusammenarbeiten hier, ne? Wie komme ich denn jetzt an die Working Stiff-Kiste hier ran, die ich gesehen habe? Da ist sie ja. Wie weit? Ja. Die Working Stiff-Tools-Kiste da. Ja. Oh, hier sind ein Parkkisten. Ja, Mann, jetzt bin ich... Egal, jetzt habe ich die Gläser nicht mitgenommen. Äh, Working Stiff-Tools. Jasmin, rate mal, was in der Kiste war. Gammelfleisch. Nein. Lumpen. Nein. Knochen. Nein. Keine Ahnung. Äh... Nichts Besonderes. Nö, Rahmenform und... Nee, ein Näh-Set. Hm. Warte mal, was in der nächsten Kiste war. Nicht viel. Rahmenform. Hm? Äh, kannst du schon Benzin als Rezept? Hast du das schon? Ist egal. Ja, ich habe es jetzt mitgenommen für dich. Zum Herstellen von Benzin. Ob du das schon kannst. Ich bin nur nicht einmal nach oben gekommen. Ja, den... Hier ist so ein richtig fetter Tresor und den kann ich auch nicht aufmachen. Oh. Weil ich keine... Dings hab. Äh... Ja, bitte? Hast du vielleicht einen Dietrich? Hier ist so ein Safe und der Alte will mir diesen Code nicht geben und ich wollte ihn aufmachen. Nicht sehr hilfsbereit. Oh, hier ist sogar eine Schießanlage. Ja, guck doch mal im Mülleimer. Sind da glatt 26 Steine drin. Hm. Ja. Du kriegst die Tür nicht zu, ne? Sachen gibt's. Sachen gibt's, ja. Oh, das Holz. Das ist auch so viel Metall. Das hat aber gereicht. Hallo? Wow. Das war jetzt den Aufwand nicht wert. Das sagst du jedes Mal. Ja. Aber das war wirklich dem Aufwand nicht wert. Ja, das sagst du auch jedes Mal. Ja, aber diesmal meine ich es auch so. Ja, und die anderen Male meintest du es nicht so? Doch, schon, aber... Sch, Smid. Sie schläft. Der schläft? Du weckst sie noch auf. Die hat aber von mir grad so einen... Ich hab hier Kacke... Oh mein Gott. Ich hab Scheiße am Arsch. Das war Kacke? Ja. Lecker. Wie kommt das denn da hin? Äh, keine Ahnung. Ich hab mich eingepackt eben grad. Au. Äh. Moment, ich brauch Ausdauer. Ich hab auf jeden Fall den Pizzabooten geschlagen. Die backen sich hier einzeln durch die Tür. Das ist so frech. Die wollen ja immer mehr. Äh, ich hab keine Ausdauer. Das ist jetzt sehr schlecht. Und ich bin in der Sackgasse. Lass mich graden. Du bist leicht rot. Äh. Nö. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Du weißt doch, Kontrolle ist mein vierter Vorname. Hm. Patrick, Jeremy, Pascal. Kontrolle. 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 Ach komm. Dicke sich doch da durchprügeln. Ich will da oben. Ich hab schon wieder die Schaufel genommen. Wird gleich dunkel. Äh, das wäre aber nicht gut. Ich bin ja noch hier drinnen. Ich würd mal langsam nach Hause kommen. Oh Gott. Vom Wegen alles Gute. Ich bin heute eher so langweilig. Hä? Ich bin heute eher so ein bisschen langweilig hier. Ja, die Gesprächsziele mit dir sind recht spannend heute. Nimm ich dir zu. Du scheißt dir doch in einer Tour ein da. Gar nicht. Das war egal. Till. Na, ich hab mich beim letzten Mal so dermaßen eingekackt, dass ich leer bin. Kann ich mich ja schlecht in einer Tour einkacken. Bei dir weiß man nicht so. Da kommt ja nix mehr. Jetzt hör ich hier noch nen Hund. Ja. Aber das... Nee, ein... Ein dummen Hund. Mensch, jetzt verzieh dich, du... Wäldig. Äh... Besten Schnapsidee waren das, hier reinzugehen. Keine. Aua, wer schlägt mich? Wo kommst du her? Warum bist du so schnell? Fragen über Fragen. Jasmin. Oh, du wirst mir eine Antwort bekommen, Patrick. Doch, er hat mir geantwortet. Was hat er dann gesagt? Er sagte sowas wie... Wenn du mir das mal übersetzen kannst. Oh, das ist mal ein paar Bier, dann kann ich das jetzt übersetzen. Oh, jetzt kommen die alle von unten auch noch hoch, ey. Da hab ich jetzt... Aber, nee. Weg. Jetzt ist Ruhe. Jetzt ist hier Schluss mit Spielen. Das ist alles so wie ich es. Oh, ein Lootback. Geil. Militärhelm Stufe 4. Und roter T. Der kommt genau richtig. Roter T. Roter T. Rote Zeug. Könnte ich doch auch noch mal ein bisschen... Äh... Hier möchte ein Zombie-Böhr rein. Ich dachte, das wäre ein Hund. Tatsächlich ist das ein Böhr. Ein Böhr. Der ist nur eine Lampe. Aha. Wenn ich jetzt hier runter... Spreche ich mir was? Smin, ich glaube, ich werde diese Reise nicht überleben. War mir schon klar. Sag meiner Frau. Es ist alles ihre Schuld. Okay, sag ich. Ey, hier sind so viele Geier. Geier. Ja, und die... Erwischen mich hier. Und ich habe keine Ausdauer. Ich habe noch 65 HP. Hey. Oh Gott. Da war... Drei Hühner habe ich da, weißt du? Könnt mir doch mal eine Pause... Da ist ein Doppelpack. Drei Hühner gespannen. Die hat mal schon gut essen und trinken hier vorgekocht. Jawoll, Level up. Uh, uh. Danke, uh. Bring dir. Ja, gerne doch. Gerne doch. Ich helfe, wo ich kann, ne? Falls du mal was zurückgeben möchtest und denkst, du möchtest mich hier unterstützen. Aber... Ich weiß es nicht. Falls doch, du weißt ja, wo du mich findest. Helfer Schuld hast du da. Wieso? War das etwa meine Idee, hierher zu gehen? Ja. Ja, aber war es auch meine Idee, hier reinzugehen? Ja. Ich meine nicht. Ja, aber war das auch meine Idee, hier den obergeilsten Loot zu suchen? Ja. Den du nicht gefunden hast? Ist jetzt nicht, ne? Aber ich war auch noch nicht ganz oben. Den hast du irgendwie noch nie gefunden. Ja. Ich gebe zu, mein Plan weist diverse Lücken auf. Immer. 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 Ich... Ich esse mal einen. Äh, die Beleuchtung weist dir den Weg. Achso, ich kam von dort. Von dort. Dann bleibt mir ja nur... Äh, so ein dicker Rocker. Hell's Belt, Junge. Hey. Ich finde ich, die sind auch immer mies. Hey, was ist das für ein Rocker? Wieso kammelst du jetzt? Was bist du für ein ekelhafter? Wofür ist dieser Fahrstuhl? Der nicht geht. Ich will nach oben. Oh Gott. Ich hätte mal hier durchschleichen müssen und die alle mit Pfeilen und Bogen so weit dezimieren, wie ich vorwärtskomme. Autsch. Autsch. Ähm. Habe ich nicht irgendwie ein bisschen Heilung? Hätte ich es nicht mal verdient, einen Verbandskasten zu finden? Ich habe 17 HP. Okay, das war's. Ciao. Ich habe 11 HP. Oh oh. Und die nächsten Zombies höre ich schon, dass die wieder unterwegs sind. Warum kommst du nicht nach Hause? Äh, weil ich bin schon so weit gekommen. Ja. Ich kann mich halt nicht hochheilen. Das gibt mir auch nur 25 Gesundheit. Oh, und mir geht's gar nicht gut, Jaspin. Ich bin 14% infiziert. Ich habe einen gebrochenen Knochen. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich habe einen gebrochenen Arm. Ich bin 8 Minuten eingeschränkt. Jetzt reicht's aber mal. Wieso seid ihr so viele? Hier muss es was Gutes geben. Weil so viele sind, oder was? Ja. Jetzt bin ich so langsam. Ach, ich bin zwei überladen auch noch. Oh, was kann ich denn hier, äh... Oh Gott. Blödes Viech. Na also bitte. Entschuldigung, aber das war ein Hund. Das ist okay. So, du musst Benzin, musst du selber leeren. Nö. Ich musste das jetzt wegschmeißen, damit ich nicht mehr überladen bin. Jetzt kommt hier noch so ein Spucker. Spucker. Oh, ein Stachelfalle. Ich habe doch eine Knarre. Ja. Knüppst das. Deine Knüppte. Ach, verlockt das die nicht erst recht ab? Ach, die sind sowieso alle auf mich aufmerksam. Was ist, wenn ich schieße? Hören die nicht, ne? Ne. Die werden wahrscheinlich nicht zu dir kommen. 1,6 Kilometer bist du weg. Ach, du bist da hinten hingegangen. Du kriegst die Tür nicht zu. Wo ist denn jetzt hier meine Stachelfalle? Ich habe doch fünf Stück gemacht. Fünf Stück Öl. Voll abgehackte Öl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir gleich nochmal gehen. Achso, was sollte ich hier nochmal aufwerten? Die Treppe, da ist auch eine Rahmenform, die, äh, die, wo die immer hochgehen. Oben oder wo? Unten. Achso, ach, ich sehe schon. Das war nur die eine? Ja, ja, ist nur die eine. Boah, viel Spaß. Jetzt tatsächlich ein bisschen. Ja, ich bin so langsam. Ist doch schon, eine Schlange ist hier auch noch irgendwo. Ich habe noch nie eine Schlange gesehen, ey. In dem Spiel. Äh, wieso kommst du nicht her? Bist du doof? Ich? Nee, nee, er. Nee, er. Wird schon viel Zeit sein, ey. Komm mal da jetzt nicht hin. Naja, du sowieso nicht, ne? Wo, Anti-Made. Nö, ich habe dir gesagt, ich komme nicht mit. Hast du das? Ich bereite hier gerade alles voll. Ich hole Wasser, ich mache Wasser ab, ich mache Tee. Das ist gut, ich werde nämlich per Teleportation zu Hause sein, so wie es aussieht. Teleportation? Teleportation. Äh, kann ich einen Verbandskasten machen? Was brauche ich dafür? Erste Hilfe-Verband. Aloe Vera-Creme habe ich nicht. Haben wir aber hier. Oh, Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Irgendwo. Klopft hier einer. Eingelassene Beute. Äh. Eine Stahl-Axt. Du, ich glaube, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, ich komme zurück. Ich glaube, ich muss Mission Shotgun-Massias abbrechen und ein andermal nochmal versuchen. Hab ich dir gesagt? Ja. Hier müssen wir unbedingt zu zweit hin. Nein. Doch. Nein. Doch, gar keiner. Oder vernünftig equippt. Mit ordentlicher Munition. Auch nein. Kann ich denn hier wo es raus machen? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich bin am Arsch. Er ist am Arsch. Ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich sterbe hier. Er glaubt, er stirbt hier. Er glaubt, er stirbt hier. Er glaubt, er stirbt hier. Er hat doch den Sammel, Jasmin. Er hat doch den Sammel, Jasmin. Er hat doch den Sammel. Nee, die Treppe bin ich aber nicht hochgekommen, oder? Aber hier geht es halt mega weit hoch. Aber ich bin da nicht lang. Nicht jetzt. Nicht unter den Voraussetzungen. Und ich bin halt überhaupt nicht schnell, weil bei mir alles kaputt ist. War ich hier unten in dieser Lobby? Hier ist Glas. Hier ist Glas. Glas, Glas. Ich habe mir eh schon das Bein gebrochen. Dann kann ich hier auch runterspringen. Au. Das hätte ich mal sein, dass sie soll... Das schlägt vor auf die Gesundheit. Ach ja? Sag bloß. Wenn du gebrochenes Bein hast, springen wir irgendwo runter. Ja, das habe ich auch nicht vor. Oh, ja. Das kann halt noch kaputter gehen, ne? Oder brichst du erst das andere Bein? Jasmin, kaputt ist kaputt. Kaputter geht es nicht. Na ja? Vielleicht kannst du ja auch das andere Bein brechen noch. Nein. Man bricht sich immer nur ein Bein. Das weiß man doch. Ach ja? Ja. Ist halt wie im echten Leben. Ist im echten Leben nachempfunden. Ah ja. Ich bin gerade... Ich bin gerade optimistisch, dass ich das hier noch rausschaffe mit meinen 11 HP. Ich glaube nicht. Ja, das Problem ist halt, ich habe auch nicht mehr viel Munition. Miau. Ich bin gerade so angespannt. Ich komme doch dahin, dass auch ohne das Ding. Ich bin immer noch überladen. Ich bin tot. Zombie-Bär. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich werde mir meine Sachen wiederholen. Und ich werde da voll gut ausgestattet reingehen. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Nö. Seid gerne mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Jasmin kommt übrigens auch mit, ne? Jasmini war nämlich auch dabei. Ich komme nicht mit da. Jasmini ist auch dabei. So, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bis gut. Ciao. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.